Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video, Minecraft Folge 4. Und zwar im letzten Video habe ich euch ja gesagt, also dass ich ja ein bisschen off-camera hier den Bunker erweitern werde. Jetzt haben wir die Hälfte vom Grundriss schon mal hier. Ist auf jeden Fall cool. Aber ich würde halt in dieser Folge ein bisschen das Feld erweitern. Und nächste Folge wird der Grundriss wahrscheinlich schon fertig sein. Also auf jeden Fall erweitern wir jetzt, würde ich sagen, ein bisschen unser Feld. Ich benutze lieber nicht die Goldhacke. Ich craft mir mal eine Steinhacke. Weil ich habe ja echt viel davon, weil ich habe ja sehr, sehr lange auf jeden Fall gefarmt. Und so, dann fange ich jetzt mal an. Erweitere ich hier ein bisschen das Feld. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Hier habe ich ja schon mal ein Seat. Bam. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das Wasser hier auch retzt. Ja, es fließt rein. Ich würde dann hier mit Wasser, ähm, mit, ähm... Ich habe ja letzte Folge Eisen. Wie viel Eisen gefahren? Wie viel Eisen habe ich denn noch? Zwei. Ach du heilige Kacke. Weil ich hätte halt mir so überlegt, Wasser mit dem Eimer zu nehmen und es dann so hier rein. Aber ich will das da hier weg. Weil, ähm, weil das grenzt ja in meinen Bunker an. Das werde ich nicht. Ähm, so, so, so. So, so, so. Ähm, ja. Ich brauche da jetzt die Erde. Was mache ich hier? Schaufle kann erstmal weg. Ja, so, ja, so ist gut. Dann hole ich jetzt mal die restlichen Samen. Ähm, hier. 14, ich habe echt viele Samen. Und gleich können wir auch mal die Bäume abbauen. auf jeden Fall bam, 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 bam. Jetzt könnten wir vielleicht... Also, ich würde halt erstmal Wasser besorgen. bevor... Also, ich würde halt hier erstmal Wasser besorgen, weil ich will das in Zukunft noch viel mehr erweitern, Leute. Keine Angst, es bleibt nicht so groß, es wird noch viel größer. Es wird noch viel größer. Auf jeden Fall hier 24 Samen. Okay, dann pflanzen wir alles noch ein und dann hätten wir auch eine größere Farm. Also, große Essen-Probleme habe ich jetzt nicht wirklich, aber genug Essen habe ich jetzt auch nicht. Also, man kann auf jeden Fall noch ein bisschen was gebrauchen. Okay, den Rest tue ich wieder in die Truhe. vielleicht... Ja, okay. Sind die schon fertig? Ach, das sind die restlichen Kartoffeln? Karotten? Okay. Ihr seht, Leute, also unsere Farm läuft. Oh, warte, nein, da war noch eine Karotte. Bam. Bam. Mh... Ja, so machen wir. Ja, und jetzt bauen wir ein bisschen den Baum ab. So, meine Tools... Ey, ich musste mir so oft neue craften. Jetzt mal so. Boom. Ich kann später die Blätter abbauen. Ich hole mir erst mal den Stamm. Also, unsere Baumfarm werden wir in Zukunft... Weiß ich nicht, ob ich die vergrößere, aber vielleicht noch... Ja, ich könnte die schon noch ein bisschen vergrößern. Auf jeden Fall, ich vergrößere die Baumfarm vielleicht noch ein bisschen. Ja, also, aber auf jeden Fall... Also, Holz haben wir keine Probleme. Weil unsere Baumfarm läuft. Um... Also, nächste Folge werde ich noch auf Off-Camera, also... Bevor ich die Folge starte, werde ich noch ein bisschen auf Off-Camera den Bunker fertig machen. Oder ich mache das in der Folge noch. Ja, komm, ich will noch nicht faul sein. Ich mache das in der Folge noch. Ich baue jetzt auf jeden Fall erst mal den Baum ab. Und dann, wenn ich alles fertig habe, würde ich sagen, mache ich mal kurz den Bunker weiter. Und dann sehen wir uns wieder. Ich werde so viele Setzlinge kriegen. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Blätter jetzt abbauen. Wir sehen uns, wenn ich alle abgebaut habe. Also, Leute, es sind jetzt auf jeden Fall ein paar Minuten vergangen. Und ich habe auf jeden Fall jetzt alle Bäume hier abgebaut. Dann gucke ich jetzt mal... Wie viel Seat? 17 Seat? Ja, ist doch ordentlich was. Ich meinte 18. Die pflanzen wir jetzt neu, würde ich sagen. Schaufel kann erst mal weg, die brauchen wir jetzt noch nicht. Bam, 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 bam. Hat die ganzen Bäume reichen erst mal. Die werden schon wachsen, Leute. Keine Angst. Egal, wie nah die sind. 41 Holz ist doch schon mal eine solide Farm. Auf jeden Fall, was soll ich machen? Genau, den Bunker. Jetzt mal crafte ich mir ein Stack Holz. Schadet nicht. Die Truhe ist voll. Da könnte ich vielleicht noch Erde rein. Boom, bam, 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 bam. Weizen kann hier rein. Eiche lassen kann hier auch rein. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich das hier alles abgebaut habe. Ciao. Ciao. Also, Leute, ich habe jetzt hier fast alles weggemacht, also weggeräumt. Jetzt muss ich nur noch das hier machen. Also, ich bin auf jeden Fall gleich fertig. Das räume ich jetzt nochmal kurz weg. Boom. Dauert kurz. Also, ich sitze hier jetzt schon so lange. Also, es ist jetzt für euch jetzt nicht wirklich lang. Aber glaubt mir, wenn man hier so eine Stunde einfach nur abbaut, ist das schon echt langweilig. Glaubt mir. Also, und wir wären fertig. Alles ist weit und breit abgebaut. Und dann zeige ich euch mal hier. Ja, ich weiß, es sieht nach wenig Blöcken aus, Leute. Aber ich habe alle Blöcke in der Truhe. Nicht ihr. Ich habe alle Blöcke in der Truhe. Scheiße. Schlecht. Das war so schlecht von mir. Oh Gott, das war so schlecht von mir. So schlecht. Ey. Kommt, Leute. Das könnt ihr doch keiner erzählen. Wartet. Alles gut, Leute. Ich repariere das. Wartet einen Moment. Erstmal das hier kommt weg. Oh Mann, nicht passiert, oder? Ach du Kacke. Leute, ihr habt nichts gesehen. Nee, nee. Das, was gerade passiert ist, ignoriert ihr jetzt einfach mal, okay? Na, das sieht jetzt kacke aus. Wo ist das Dirt hier? Ja, okay, also. Bis hier ist die ganze Fläche auf jeden Fall frei. Dann, was soll ich da nirgends? Guck, das sind übrigens alle Blöcke. Plus die hier noch. Ja. Ach übrigens, die Erde könnt ihr auch dazu zählen. Die muss ich auch alles abbauen. Ja, das sind alle Blöcke. Hier kommen noch ein paar. Ja. Ein Stack behalte ich mal in meinem Inventory. Ja. Auf jeden Fall, unser Feld ist stabil. Ich würde die Kartoffeln weg, weil die geben nicht zu viel Essen. Ich würde da eher die Karotten einpflanzen. Ja, hier so. Weil die lohnen sich viel mehr, die Karotten. So, die Folge. Ich würde die Folge eigentlich auch gleich beenden. Die war ja ziemlich kurz, aber... Naja, also. Ich habe auf jeden Fall viel gemacht. Wir sind weitergekommen. Auf jeden Fall. Bald kommt... Guckt hier unsere Baumfarm nochmal. In der Zeit hat unsere Baumfarm Fortschritte gemacht. Ja. Und ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge. Ciao. Leute.